Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zur Review und Analyse von One Piece Kapitel 1084, der versuchte Mord auf einen Himmelsdrachenmensch. Bereits die letzten Kapitel waren allesamt Halbkapitel und auch dieses Kapitel braucht sich nicht davor zu verstecken. Ganz im Gegenteil, es hat mich nochmal auf eine ganz andere Weise abgeholt. Die Informationen, die wir in diesem Kapitel bekommen, sind essentiell für das Ende von One Piece, wenn es hingeht zum letzten Krieg gegen die Weltregierung. Es geht um Imu und ich glaube, wir müssen uns verabschieden von Dingen, die wir als Fakt schon geglaubt haben, da es am Ende doch vielleicht anders kommen könnte als gedacht. Und daher kann man eigentlich nur sagen, Echiro Oda ist ein Genie. Beginnen wir doch mit dem Color Spread in dieser Woche und wir sehen hier einen Wasserfall. Vielleicht ist das auch eine Wasserrutsche, das ist hier nicht so ganz genau zu erkennen, es erinnert ein wenig an die Wasserfälle in Wano Kuni, aber wir haben hier auch sehr viele Schwimmspielzeuge, nenne ich es mal, und ganz schön viele Mädels aus One Piece. Die bekanntesten sind alle mit dabei, wie natürlich Nami und Nico Robin. Kleiner Funfact, bei Nami auf ihrem Shirt steht Wetterkönigin und auf der aktuellen Weekly Joan Jump, wo dieses Kapitel hier erschienen ist, ist Ruffy als Piratenkönig auf dem Cover. Ob das nur ein Zufall ist, das kann uns wahrscheinlich nur Echiro Oda sagen. Des Weiteren sehen wir bekannte Mädels wie natürlich Nico Robin und Boa Hancock. Wir sehen Perona, die kleine Tama ist auch dabei, sowie Yamato. Da haben sich ein paar Leute so ein bisschen aufgeregt darüber, denn Yamato identifiziert sich doch eigentlich als Mann. Was sollte das? Naja, ich kann es einfach nur immer wieder wiederholen, denn der Schaffer dieses Charakters ist Echiro Oda. Dieser Colorspread stammt von Echiro Oda. Echiro Oda hat uns gesagt, Yamato ist eine Frau. Sie möchte kein Mann sein, sie hält sich für eben Kozuki Oden. Und der war nun mal ein Mann und deswegen benimmt sie sich so. Wäre Kozuki Oden eine Frau gewesen, wäre auch Yamato weiterhin eine Frau gewesen. Außerdem dürfen wir natürlich nicht vergessen, wo ist Yamato aufgewachsen? Sie hatte jetzt nicht unbedingt weibliche Vorbilder in ihrem Leben bisher. Aber gerade dieser Colorspread spricht doch ein bisschen dafür. Es gibt aber eine große Ausnahme hier bei Yamato. Sie ist die einzige, die hier keine Schwimmkleidung trägt. Dann sehen wir dort noch Tashigi. Wir sehen Monsheri. Wir sehen auch Sugar. Und das finde ich sehr interessant, denn ihre große Schwester, die ist nicht zu sehen. Das ist übrigens Monet mit der Schneefrucht. Vermutlich, weil sie gestorben ist. Und das könnte eventuell auch erklären, warum wir hier Big Mom, eine der bekanntesten weiblichen Charaktere in One Piece, nicht sehen. Da sie ebenfalls gestorben ist. Aber es gibt natürlich auch noch eine Gegenvariante dafür. Wir sehen nämlich auch nicht Smoothie, also die Tochter von Big Mom. Und ich glaube, sie hätte hier auch eine sehr gute Figur gemacht. Also Oda hat sich dann einfach für diese Mädels entschieden. Ich denke, das sind auch mehr oder weniger die bekanntesten Charaktere dabei, die sich höchstwahrscheinlich auch untereinander vertragen würden. Allerdings würde ich sehr interessant finden, wie Ulti da wirklich in dieses Szenario reinpasst. Mein persönlicher Favorit ist übrigens Julie Bonny, da sie in eine dieser Lachse beißt. Und diese Lachse erinnern ja auch an die Wasserfälle in Wano Kuni. Falls ihr euch erinnert, damals sind sie ja mit der 1000 Sunny mit Hilfe dieser Lachse diesen Wasserfallen emporgeschwommen. Doch kommen wir jetzt zum eigentlichen Kapitel. Und das beginnt erst einmal mit Sabo und Julie Bonny, die sich jetzt hier zufällig im Schloss Pangea treffen. Aber direkt wissen, wer der jeweils andere ist. Und Julie Bonny erwähnt es hier auch nochmal extra. Wir können uns die Vorstellung sparen. Wir haben das gleiche Ziel. Wir arbeiten zusammen. Das Ziel ist natürlich klar. Sie wollen beide Bartholomew Kuma retten. Und unterwegs kämpft Sabo ein bisschen gegen diese Conehead-Ritter. Als diese aber zu viel werden und jetzt Julie Bonny bei ihm ist, schnappt er sie, nimmt sie in die Arme und springt auf so einen Pfeiler an der Decke. So, dass diese Conehead-Ritter erstmal vergeblich nach denen suchen. Die werden aber gleich nochmal wichtig. Und es wird sich so ein bisschen darauf geeinigt, wie es jetzt fortan weitergeht. Was wird Julie Bonny tun, sobald Kuma befreit wurde? Sie möchte nach Egghead Island und eine Möglichkeit finden. Kuma wieder halt normal zu machen. Und wenn das nicht geschieht, dann kann Vegapunk natürlich was erleben. Das ist das, was wir im Grunde im Egghead Island-Arc bereits erlebt haben. Und Sabo sagt auch, okay, hier trennen uns unsere Wege. Denn unser Hauptquartier ist natürlich im Paradies. Momora Island, das Kamebaker Königinnenreich. Und das ist vielleicht eine, ja, unnötige Information. Aber wir können davon ausgehen, dass das Hauptquartier der Revolutionsarmee tatsächlich jetzt Momora Island ist. Sie sind ja ganz am Anfang geflohen von Baltigo, als da die Blackbeard-Piraten aufgetaucht sind. Und ich dachte eigentlich, dass Momora Island nur so eine Zwischenstation ist. Doch das scheint jetzt hier fest das neue Hauptquartier zu sein. Macht ja auch Sinn. Die Infrastruktur ist ja durch das Kamebaker Königinnenreich gegeben. Und da es im Paradies liegt und Egghead Island in der neuen Welt, trennen sich hier die Wege wieder von Sabo und Bonnie, die sich gut zu verstehen wissen. Und Sabo erwähnt es auch nochmal. Kuma hat ja davon gesprochen, dass er eine Tochter hat. Und Bonnie hätte niemals gedacht, dass die Revolutionsarmee ihr mal einen Gefallen tun würde. Aber sie bedankt sich natürlich. Viel interessanter ist jetzt hier so ein bisschen das Gespräch dieser Conehead-Ritter. Die sind nämlich der Meinung, die beiden gesehen zu haben und haben Verstärkungen gesucht. Aber der Gang ist so groß, dass sie den halt nicht komplett abdecken könnten. Und sie haben Angst, dass sie etwas gesehen haben können, es gesehen haben können. Und woran sprechen sie hier? Vom verlorenen Raum, wie es jetzt hier in der offiziellen Übersetzung lautet. Wir gehen natürlich stark davon aus, dass der verlorene Raum dieser Blumenraum ist, wo sich Imusama drin aufhält. Und diesen Raum darf halt eben keiner sehen. Selbst nicht mal diese Conehead-Ritter. Es wird auch hier gesagt, sag nichts über diesen Raum. Wir dürfen ihn nicht mal erwähnen. Nicht mal im Scherz. Scheinbar werden sogar diese Conehead-Ritter beseitigt, wenn sie diesen Raum sehen. Und da komme ich natürlich immer wieder mal auf Doflamingo zurück mit dem Schatz von Mary Joa. Vielleicht hatte Doflamingo mal als Kind die Gelegenheit, in diesen Raum einen Blick zu wagen. Und bezeichnet eben diesen Raum als den Schatz von Mary Joa oder Imusama selbst. Also, dass der Schatz eine Person ist. Allgemein wird es in diesem Kapitel sehr stark um Imu gehen. Deswegen kommen wir doch einfach mal direkt weiter zu dem wohl interessantesten Gespräch in diesem Kapitel. Und zwar zur Audienz von Nefeltari Cobra mit den Gorosei. Und die fragen natürlich als allererstes, was willst du uns denn überhaupt fragen? Doch Cobra fängt hier nicht mit einer Frage, sondern erst einmal mit einer Erklärung an. Die ist auch wahrscheinlich eher für uns Leser gedacht als die Gorosei. Denn die sollten das eigentlich genauso wissen. Und es ist im Grunde die offizielle Variante. Und zwar geht es um die Gründung der Weltregierung vor 800 Jahren. Damals gab es 20 Königreiche, 20 Könige, die sich zusammengeschlossen haben und die Weltregierung gegründet haben. Und als Beweis legten sie einen Eid ab, dass keiner über den anderen Himmelsdrachenmensch stehen darf, damit sich kein Diktator erheben kann. Also haben sie den leeren Thron errichtet als Symbol und dort ihre Waffen in den Stein gehauen. Also müssten es ja theoretisch 20 Waffen sein. Es sind allerdings nur 19. Das wird auch nochmal relativ wichtig, dass das nur 19 sind. Denn es gab ja eine Königsfamilie, die sich dagegen entschieden hat, Tenryu Bitu zu werden. Und zwar die Nefeltari-Familie, der auch Cobra angehört. Ich möchte an der Stelle noch einmal eine Szene in Erinnerung rufen, dass die Gorosei ja die Nefeltari-Familie als quasi Verbreter beschuldigt haben, da sie sich ja gegen die Himmelsdrachenmenschen gegen diesen Status entschieden haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, die wissen eben auch nicht, wie es damals gewesen ist. Und die Geschichte, die stimmt auch gar nicht so richtig. Denn Nefeltari-Lili, die damalige Herrscherin von Alabasta, soll offiziell dieses Angebot abgelehnt haben und zurückgekehrt sein nach Alabasta. Dafür gibt es aber absolut keine Aufzeichnungen und Lili ist niemals zurückgekehrt nach Alabasta. Ganz im Gegenteil, es gibt eigentlich nur einen Brief, wo man von ihrer Existenz erfährt. Und da soll es auch ein wenig um das Die gehen, aber der ganze Kontext ist uns noch nicht so ganz bekannt. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Und stattdessen hat man nämlich ihren kleinen Bruder zum neuen Herrscher ernannt. Und von dieser Linie stammt natürlich auch Cobra und Vivi ab. Denn normalerweise ist es so gewesen, dass diese Tenryu Bitu-Familien in ihren Ländern quasi aus den Geschichtsbüchern gestrichen wurden. Macht natürlich auch Sinn, denn alles, als die geherrscht haben, war ja nur bekannt als das leere Jahrhundert. Erinnert euch zurück an Dressrosa, bestes Beispiel. Da wusste auch keiner, wer die wahre Herrscherfamilie ist, bevor Doflamingo gekommen ist und denen gesagt hat, hey, die Don Quixote-Familie ist eigentlich der wahre Herrscher von Dressrosa. Aber auch da gab es keine Aufzeichnung. Die einzigen, die wussten, dass die Don Quixote-Familie mal an der Macht war, waren damals die Tontata. Und die benutzen keine Geschichtsschreibungen. Die hat niemand gefunden. Sie wurden ja auch nur als Feen bezeichnet in Dressrosa. Und niemand war sich sicher, ob die wirklich existieren würden. Ja, da hat man natürlich auch keine Aufzeichnungen bezüglich dem leeren Jahrhundert gelöscht. Sehr interessante Geschichte, dass die das zumindest wissen. Aber bei den anderen 18 Königsfamilien, schließen wir mal Don Quixote und Nefeltari gerade mal aus, war das eben so, dass da auch der Name gelöscht wurde aus den Geschichtsbüchern. Die haben neue Könige bestimmt, die dann eben über diese Länder herrschen. Und das finde ich super interessant. Denn das könnten tatsächlich Länder sein, Inseln sein, die wir bereits kennengelernt haben. Wie beispielsweise das Goa-Königreich, wo auch das Windmühlendorf ist. Oder auch beispielsweise dieses Königreich, das untergegangen ist, wo sich Mihawk aufgehalten hat. Und so weiter und so fort. Sogar das Drum-Königreich, wo Wapol mal regiert hat. Jetzt heißt es ja Sakura, könnte eventuell früher von einer Tenryu-Bitu-Familie angeführt worden sein. An dieser Stelle bekommen wir einen kurzen Blick in den Blumenraum, wo auch Imsama sich aufhält und mithört über Teleschnecke von dieser Audienz. Und die Erklärung der Gorosei. Die reden nämlich hier von aufgezeichneten Fakten, dass die Nefeltari-Familie nicht hier auf Mary Joa lebt. Und dass die Nefeltari-Familie zurückgekehrt ist nach Alabasta. Dass Lily verschwunden ist oder dort niemals angekommen ist oder dann schnell wieder verschwunden ist. Davon wissen sie alles nichts. Da können sie auch Cobra nichts erzählen. Und Cobra, ja der ist gar nicht verwundert, weil er ja selber schon gesagt hat, es gibt auch dafür keine Aufzeichnungen. Und fragt dann direkt mal, was ist denn eigentlich das D? Da sind jetzt die Gorosei geschockt. Die waren auch schon bei der ersten Frage so ein bisschen geschockt. Und fragen, warum fragst du uns das? Und er sagt, es gibt da einen Brief. Einen Brief, der von König von König zu König weitergegeben wurde in Alabasta. Und was genau in diesem Brief steht, das bekommen wir hier gar nicht gesagt. Nur, dass es wahrscheinlich was mit dem D zu tun hat. Aber natürlich steht da nicht die Erklärung, was der Clan der D oder was das D bedeutet. Weil sonst würde Cobra ja natürlich diese Frage nicht stellen. Wir kommen gleich noch zu meiner Theorie, die ich zu Imusama habe. Denn das Verschwinden von Lily, das Fehlen des 20. Schwerts vor dem leeren Thron, das sind schon so ein paar Indikatoren, wo ich sage, ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, wer Imusama in Wirklichkeit ist. Allerdings, gerade wo es hier extrem spannend wird, wechselt die Szenerie und wir bekommen eine eher actionlastige Szene. Und zwar, Shirahoshi soll wieder entführt werden. Wir haben es im letzten Kapitel schon gesehen. San Carlos ist ganz heiß darauf, die Meerjungfrauenprinzessin zu seinem Haustier zu machen. Das ist echt widerlich, wie Charlos hier über Shirahoshi redet, dass er ja auch sagt, ich werde mit dir ausreiten. Nur halt mit dem Unterschied, dass ich auf dir reiten werde. Und wenn du mir widersprichst, dann werde ich unsagbare Dinge mit dir anstellen. Und Shirahoshi, die hat natürlich absolut keine Lust mehr und sagt, nee, das lehne ich ab, das möchte ich nicht. Aber sie kann sich derzeit auch nicht wehren. Sie wurde wieder in Ketten gelegt, diesmal aber nicht von irgendeinem 0815-Sklaven oder hier schlechter von einem der Tenryubitu. Sondern diesmal ist es Bartholomew Kuma höchstpersönlich, der hier Shirahoshi in Ketten gelegt hat. Und dann sehen wir da noch so ein paar Könige oder Anhängsel von anderen Königen, keine Tenryubitu, die sofort fliehen und sagen, ja, hier, die hat uns sowieso alle abgelehnt, wir machen uns aus dem Staub und mein Vater ist sowieso im Ratsturm. Ich kann jetzt hier gar nichts machen und ich will hier auch gar nichts gegen den Tenryubitu machen. Ja, im Gegensatz natürlich zu den Anhängseln aus dem Ryuga-Königreich, also dem Fischmännchen-Königreich, sehen wir natürlich Fukaboshi und seine Brüder, die natürlich jetzt versuchen, Shirahoshi zu retten. Und die wollen sich tatsächlich hier mit St. Charles anlegen, werden dann aber zurückgepfiffen von St. Miosgat. Der kriegt nämlich vorgeschlagen von Sai, dass eben sich Sai und Leo um ihn kümmern sollten. Nur, er braucht halt so ein bisschen die Erlaubnis und sagt, okay, ihr beide kümmert euch jetzt in meinem Namen um St. Charles. Fukaboshi, du ziehst dich zurück. Da hat er eigentlich gar keine Lust drauf und fragt, was treibst du hier für ein doppeltes Spiel? Warum rufst du mich zurück? Und er sagt halt, ja, diese beiden, die haben keine Verbindung zu irgendeiner Nation direkt. Das sind halt Piraten, aber du bist halt verbunden mit der Fischmännchen-Insel. Und die hatten jetzt auch gar keine Lust mehr auf die Weltregierung, das muss man vielleicht nochmal hier erwähnen. Sagen auch, komm, Shirahoshi, wir gehen jetzt hier nach Hause und wir werden niemals wieder an diesen schrecklichen Ort zurückkehren. Jetzt großer Auftritt von Sai und Leo. Und hier ist es auch nicht so ganz klar im Kapitel, ob Sai das ruft oder Leo das hier ruft, weil nur Leo zu sehen ist. Er versucht nämlich, St. Charles anzugreifen, nimmt aber das Hasso-Schurken, also eigentlich eine Technik von Sai. Und entweder ist Sai dahinter ihn und wir sehen ihn gar nicht oder Leo hat hier die Technik von Sai kopiert. Jedenfalls gibt es hier eine kombinierte Attacke mit Sai und Leo gegen St. Charles. Der wird buchstäblich blattgepresst, sieht auch so ein bisschen aus wie eine Ziehharmonika. Und sein Vater ist natürlich völlig aus dem Häuschen und sagt, oh nein, mein Sohn, was habt ihr mit ihm getan? Natürlich müssen wir jetzt mal kurz darüber sprechen, ob St. Charles diesen Angriff überlebt haben kann. Die Leute reden ja auch hier von einer Mordszene, aber wir haben den Titel des Kapitels, wo von einem Mordversuch die Rede ist. Heißt also, St. Charles wird diesen Angriff überlebt haben, auch wenn es ziemlich krass aussieht, was sie mit ihm gemacht haben. Aber wir sind natürlich auch noch in der Welt von One Piece. Da ist das mehr oder weniger noch normal und selten sterben da halt einfach Leute. Also verdient hätte er den Tod, aber er hat wahrscheinlich hier wieder überlebt. Vielleicht nur bis zur nächsten Szene, wo er dann wieder einen auf den Deckel bekommen kann, weil er so ist, wie er ist. Er ist wirklich ein unangenehmer Charakter und das wurde in diesem Kapitel auch schnell wieder klar gemacht. Aber was ist eigentlich mit Kuma? Kuma hat nämlich jetzt hier auch angegriffen gegen Sai und Leo mit seinem Laser aus dem Mund. Da fühlen sich die ganzen noch sicher, aber im nächsten Moment wird Kuma von hinten gepackt. Morley ist nämlich dank seiner Grabenfrucht aus dem Nichts aufgetaucht. Die Leute wundern sich auch, was? Das ist ein Riese. Das ist Morley, einer der Kapitäne der Revolutionsarmee. Er schnappt sich Kuma von hinten und versucht ihn so ein bisschen zu beruhigen und sagt, ist alles gut, Junge, du hast zu viel gemacht. Du musst nicht mehr auf die Befehle von diesen Leuten hören. Ich nehme dich jetzt mit nach unten und er zieht ihn auch so ein bisschen mit der Grabenfrucht in den Boden hinein. Zwischendurch taucht auch noch Karasu. Der hat am Anfang des Kapitels Schlüssel bekommen für diese ganzen Handschellen, für die ganzen Ketten und Halsschellen, die die alle tragen. Also nicht nur Kuma, sondern auch die anderen Sklaven. Und Sabo hat es auch am Anfang zu Karasu auch noch gesagt. Wenn Kuma gerettet ist und die ganzen anderen Sklaven, dann ist unsere Mission erfüllt. Dann könnt ihr gehen. Und Karasu hat nachgefragt, was ist mit dir, Sabo? Er sagt, ich werde nachkommen. Ich habe aber noch etwas zu erledigen. Sehr interessant. Wir wissen aber auch, dass Sabo noch vor dem leeren Thron auftauchen wird. Nämlich dort, wo Neffel Tari Cobra sterben wird. Nun kommen wir zur letzten Szene. Und die war eigentlich für mich der komplette Anlass, darüber nachzudenken, wer Imo-sama in Wirklichkeit ist. Denn Imo-sama taucht jetzt in diesem Audienzraum beim leeren Thron auf. Und als wäre es das Natürlichste von der Welt, besteigt er die Treppen und setzt sich auf den leeren Thron. Und die Gorosei, die sind völlig aus dem Häuschen und sagen, oh, der große Imo, ja was tut ihr hier? Cobra ist immer noch da. Er sieht sie und Cobra sieht da auch aus, als hätte er gerade den absoluten Geist gesehen. Etwas, was gar nicht real sein kann. Ein Außerirdischer oder irgendwas. Weil da hat sich gerade einer auf den leeren Thron gesetzt. Und was sagt Imo? Nur ein Wort. Und zwar Lily. Denn Imo-sama kennt Lily. Ob Imo-sama Lily ist, ist natürlich meine Theorie. Ist natürlich nichts bestätigt oder sonst irgendwas. Aber sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Und hier passt natürlich alles zusammen. Das Verschwinden von Lily, dass sie damals nicht zurückgekehrt ist nach Alabasta. Ich weiß, viele Leute sagen, ja, aber der Brief, da schreibt sie doch alles über den Clan der Di. Wir wissen nicht, was in diesem Brief steht. Ganz wichtig. Da könnte auch nur ein Name mit dem Di enthalten sein. Beispielsweise Joy D. Boy. Dass sie ihn besiegt haben damals und Cobra wurde einfach mal neugierig, was das Di zu bedeuten hat. Er kennt ja selber einen Di mit Monkey D. Ruffy. Und dann hat das eigentlich im Grunde im Kontext nichts mit irgendeiner Erklärung zu tun. Da könnte Lily diesen Brief auch so geschrieben haben. Einfach zur Erklärung, was passiert ist und dass sie nicht zurückkehren wird. Sie wird da keine Erklärung gegeben haben, denn sonst hätte ja Cobra hier die Gorosei nicht gefragt, was der Clan der Di oder beziehungsweise das Di zu bedeuten hat. Und des Weiteren haben wir diese 19 Waffen. Das heißt also, die Nefeltari-Familie hat nicht den Eid geleistet, nicht über den anderen Tenryubito zu stehen. Vielleicht wollte Lily das einfach. Vielleicht war Lily machthungrig. Vielleicht gibt es da auch andere Erklärungen, warum sie den Thron besteigen wollte, über den Tenryubito stehen wollte. Denn wer viel Macht hat, will diese natürlich nicht verlieren. Und sie war einfach nicht zufrieden damit, einfach nur ein Himmelsdrachenmensch zu werden, weil sie dann eben gleichgestellt wäre mit den anderen. Heißt also, Lily wurde zu Imsama und hat sich in der Weltregierung damals vor 800 Jahren den Thron bestiegen und ist jetzt der geheime König oder die geheime Königin der Weltregierung und lenkt die ganzen Geschicke der Welt aus dem Schatten heraus. Und da würden so viele Theorien, die wir bereits in der Vergangenheit hatten, mit hineinspielen. Beispielsweise, Imsama ist in Wirklichkeit eine Frau. Imsama existiert seit 800 Jahren. Die Operation der ewigen Jugend durch die Operationsfrucht wurde schon einmal durchgeführt an Imsama. So konnte sie über die Jahre überdauern. Und vielleicht auch noch in der ewigen Jugend, denn die Operation heißt ja die Operation der ewigen Jugend. Und irgendwoher muss Doflamingo ja davon erfahren haben. Vielleicht von Aufzeichnungen von vor 800 Jahren, die es irgendwo in Mary Joa gegeben hat. Die Gorosei sprechen ja selbst von aufgezeichneten Fakten, die es einfach gibt zur Gründung der Weltregierung. Aber ob diese Fakten alle eins zu eins stimmen, wie beispielsweise, dass Lily eigentlich nach Alabaster zurückgekehrt ist, ist stark anzuzweifeln. Und es würde sogar zum Aussehen von Imsama passen. Denn wir gehen ja eigentlich davon aus, ja die Gorosei wissen doch wer Imsama ist, wenn das Lily wäre, wüssten doch die Gorosei das. Ja, aber woher wissen die denn das denn? Imsama hat ja trotzdem diese Kutte an, wenn sie bei den Gorosei ist. Also sie trägt oder er trägt ja immer diese Kutte. Warum sollte sie sich von ihren engsten Vertrauten, den Gorosei, weiterhin verstecken? Das würde ja gar keinen Sinn machen, außer sie will nicht, dass eben diese Gorosei wissen, wer Imsama in Wirklichkeit ist. Denn wir sehen ja auch noch eine Silhouette von hier eben Neffeltari Lilly. Und sie sieht Vivi, also ihre Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkelin, zum Verwechseln ähnlich. Und wir haben ja auch diese Szene damals im Reverie-Arc gehabt, dass sie das Bild von Lilly in den Händen hielte. Und wir uns das nicht so ganz einreden konnten. Was war da genau? Warum hat man jetzt das Bild von Vivi? Weil wir haben das Bild von Shirahoshi und von Monkey D. Ruffy und natürlich von Marshall D. Teach Blackbeard. Die waren alle zerschnitten oder durchs Bord von einem Schwert. Vielleicht genau dieses 20. Schwert, was bei den anderen 19 Schwertern fehlt. Was ja im Blumenraum gewesen ist. Aber mit Vivi war sie doch eigentlich ganz zufrieden. Auch das spricht dafür. Und selbst diese komische Krone, die eben Lilly oder Imo trägt in diesem Moment, macht Sinn. Denn es gibt einen Gott in Ägypten, der heißt Nefertem. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, Moment mal, der heißt Nefertem und Nefeltem. Ihr versteht, was ich meine auf jeden Fall. Das ist doch ein bisschen anders. Interessanter Fakt an dieser Stelle. Normalerweise wurde der Name in Kapitel 823, also Nefeltari, von Oda romanisiert als Nefeltari. Aber in Kapitel 906 hat Oda das noch einmal geändert in Nefertari. Also damit es besser zu dem Namen dieses Gottes passt. Also Nefertem. Und jetzt kommt der krasseste Fakt. Wann ist Imo-sama das erste Mal aufgetaucht, Leute? Genau, in Kapitel 906. Ist das ein großer Zufall? Ich kann es mir auf jeden Fall nicht erklären. Es ist auf jeden Fall gerade ein richtig krasser Mindblown in diesem Kapitel. Wir haben eventuell die Identität von Imo-sama hier enthüllt bekommen. Und es ist in Wirklichkeit Nefertari Lilly. Auch der ganze Aufbau passt ja perfekt zu Alabasta. Denn Alabasta basiert ja auf dem alten Ägypten. Da ging es auch sehr stark um Unsterblichkeit, dass die Existenz dem eigentlichen Tod überdauert. Und dass man seinen Körper quasi eigentlich eher zur Ruhe bettet und nicht für die ewige Ruhe, falls man nochmal zurückkehrt. Deswegen wurden die Pyramiden gebaut. Deswegen gibt es die Mumifizierung. Und wir haben ja so etwas ähnliches auch in Mary Joa mit diesem Kühlraum, wo der große Strohhut gewesen ist. Und es passt natürlich auch dazu, dass Imo quasi der König der Könige ist unter den Tenryu Bitu. Denn Ramses II. als Ossimandias hat sich selbst als König der Könige bezeichnet. Also auch hier ist wieder der Ursprung im alten Ägypten zu finden. Und es gibt noch unzählige Dinge mehr, die dafür sprechen, dass Lilly Imo-sama sein könnte. Aber ich möchte auch sagen, es ist nur eine Theorie. Es ist noch nichts bestätigt. Es könnte natürlich immer noch etwas anderes herauskommen. Aber ich finde diese Theorie richtig, richtig nice. Schaut auch gerne in das Video von Freitag rein, wo ich diese Theorie nochmal ausführlicher besprochen habe. Da gibt es auch dann nochmal Informationen zu Nefertem. Beispielsweise, dass der auch eine Krone hatte, bestehend aus einer Blume, die schon ziemlich ähnlich aussieht zu der Krone von Imsama. Und diese Blume heißt einfach mal Blue Lily. Also blaue Wasserlilie. Wenn das kein Zufall ist, ich weiß es auch nicht. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dieser Theorie in die Kommentare. Natürlich auch eure Meinung zum aktuellen Kapitel und eure Fragen gerne auch zu dieser Theorie. Aber auch natürlich zum aktuellen Stand von One Piece und dem aktuellen Kapitel 1084. Für das Q&A morgen hier um 17 Uhr. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für ihr Einschalten und Zuhören. Bleibt gesund. Bleibt am Leben. Bleibt One Piece gewogen. Bleibt mir gewogen. Ade.